Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Sehen Sie, wie Sie Dateien von Ihrem Android-Gerät auf Ihren Mac übertragen können. Erfahren Sie, wie Sie Fotos, Videos, Musik oder Dokumente von Android auf Mac übertragen können. Freunde, wenn Sie geloschte Daten wiederherstellen oder einen geloschten Internetbrowser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, vor der Installation des Systems, über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Das Übertragen von Dateien zwischen Geräten ist eine häufige Aufgabe, die uns im Alltag begegnet. Wenn Sie jedoch zum ersten Mal ein Mac-Android-Gerät verwenden, kann dies ein wenig kompliziert erscheinen. In diesem Video sehen wir uns ein paar einfache und effektive Möglichkeiten an, um Dateien von einem Android-Gerät auf einem PCOS-Computer zu übertragen. Die erste Möglichkeit ist die Übertragung mit einem USB-Kabel. Wenn Sie beispielsweise Ihr Android-Smartphone über ein USB-Kabel an den Mac anschließen, sieht der Computer das angeschlossene Gerät nicht und Sie können auf diese Weise keine Dateien an der Software von Gliedanbietern übertragen. Um Dateien zu übertragen, müssen Sie ein spezielles Programm herunterladen, das Mac oft hilft, das angeschlossene Gerät zu erkennen. Sie können mehrere Dienstprogramme für diesen Zweck im App Store finden, aber ich empfehle, das Programm Android-File-Transfer zu verwenden. Dies ist eine kostenlose App, mit denen Sie Dateien zwischen Ihrem Mac OS, Computer und Android-Gerät übertragen können. Es ist ein praktisches Tool zum Teilen von Dateien zwischen Geräten. Sie können das Dienstprogramm von der offiziellen Website herunterladen. Öffnen Sie unter Mac OS einen Webbrowser und rufen Sie die offizielle Website von Android-File-Transfer auf. Hier finden Sie den Download-Bereich und laden die Anwendung herunter. Sobald der Download abgeschlossen ist, öffnen Sie die herunterladene Datei und installieren Sie die Anwendung, indem Sie den Anwendungen auf dem Bildschirm folgen. Um die Dateiübertragung zu aktivieren, schließen Sie Ihr Android-Gerät an den Mac an. Wenn es sich um ein Smartphone handelt, wählen Sie den entsprechenden Datenübertragungsmodus. Mischen Sie in der Benachrichtungsleiste nach unten, um die Schnell-Einstellungen zu öffnen. Klicken Sie auf das Verbindungssymbol und wählen Sie die Art der Dateiübertragung. Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, ist Ihr Android-Gerät bereit, Dateien zu übertragen. Ein neues Gerät wird auf dem Startbildschirm Ihres Macs angezeigt, den Sie auf dem Finden sehen können. Sobald Sie es öffnen, sehen Sie den Inhalt Ihres Android-Handys. Kopieren Sie nun einfach die gewünschten Dateien von Ihrem Android-Gerät auf Ihrem Mac. Die zweite Möglichkeit, Dateien von Android auf Mac zu übertragen, ist die Verwendung von Cloud-Server oder Messenger. Für diese Methode müssen Sie eine Cloud-Speicher-App auf Android herunterladen und installieren. Das kann Google Drive, Dropbox oder OneDrive sein. Ich werde Ihnen Google Drive als Beispiel zeigen. Nach der Installation müssen Sie nur noch die Dateien, die Sie übertragen möchten, an Google Drive senden. Wählen Sie die Dateien aus und klicken Sie auf Übertragen. Wählen Sie Google Drive als Ziel. Öffnen Sie dann auf einem Mac Ihren Browser und gehen Sie zum Website des Cloud-Speichers. Malden Sie sich bei Ihrem Konto an und laden Sie die Dateien von Google Drive auf Ihren Computer herunter. Tatsächlich zum Cloud-Speichern können Sie auch Messenger verwenden. Viele Manager wie WhatsApp, Telegram, Facebook, Messenger und andere ermöglichen es Ihnen, Dateien zwischen Geräten zu übertragen. Sie können eine Datei von Ihrem Android-Gerät über einen Messenger senden und Sie dann mit der Web-Version des Messenger oder anderen verfügbaren Methoden auf Ihren Mac hochladen. Die Verwendung von Cloud-Speichern oder Messenger bietet eine bequeme Möglichkeit, Dateien zwischen Android-Geräten und Mac zu übertragen, ohne dass Kabel oder zusätzliche Apps erforderlich sind. Diese Methode ist besonders praktisch für die Übertragung kleiner Dateien und für diejenigen, die Ihre Dateien lieber in den Cloud speichern. Die nächste Methode ist die Übertragung von Dateien über Bluetooth. Für diese Methode müssen Sie keine zusätzliche Software installieren. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihren Mac einzustellen. Gehen Sie auf Ihrem Macbook zu Einstelligen, Basis, Freigabe, scrollen Sie im eingezeichneten Menü nach unten und aktivieren Sie den Clip-Schalter neben der Bluetooth-Freigabe. Klicken Sie dann auf das kleine I-Symbol neben diesem Element und ändern Sie die Aktion bei Anfang von Objekten und fragen Sie mich, was zu tun ist. Damit stellen Sie sicher, dass Sie niemand ohne Ihre Erlaubnis über Bluetooth mit Ihrem Mac verbinden können. Jetzt kann Android Ihren Mac ohne Probleme sehen. Um Dateien zu übertragen, wählen Sie über Bluetooth freigeben und geben Sie den Mac als empfangende Gerät an. Die Geschwindigkeit ist möglicherweise nicht so hoch wie bei der Übertragung von Daten über WLAN oder Android. Aber wenn Sie die Daten von Ihrem Android-Smartphone auf dem Mac herunladen müssen, können Sie dies mit dieser Methode ohne zusätzliche Apps oder Kabel tun. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihr Smartphone auf dem Mac-Bildschirn anzuzeigen und Dateien in beide Richtungen zu übertragen. Für die Übertragung auf Ihr Smartphone müssen Sie zu Launchpad andere Bluetooth-Dateiaustausch gehen, die zu übertragende Datei auswählen und in dem erscheinenden Menü das gewünschte Smartphone auswählen. Sie müssen diese Einstellung nur einmal aktivieren, danach können Sie sie vergessen. Von da an erscheint Ihr Smartphone auf dem Mac und Sie können überall und in jeder Situation Dateien über Bluetooth austauschen, auch ohne Internetverbindung. Und noch eine Methode der Übertragung über WLAN. Um Dateien von Android-Gerät auf dem Mac über WLAN zu übertragen, hilft Ihnen die ShareMe-App. ShareMe ist eine Standard-App für Xiaomi-Smartphones, die früher mit Drop hieß. Heute kann sie auf jedem Smartphone mit Android-Betriebssystem installiert werden, unterprägig von Hersteller. Wenn Sie die App nicht installiert haben, laden Sie sie aus dem Pipe Market herunter. Öffnen Sie dann die Anwendung, gehen Sie zum Seitemenü und wählen Sie den Punkt Direktübertragung teilen. Markieren Sie dann die Parteien, die Sie übertragen möchten und tippen Sie auch Senden. Daraufhin wird ein Hotspot auf dem Bildschirm angezeigt. Gehen Sie zum Mac und verbinden Sie sich mit diesem Hotspot über WLAN. Dazu sagt das Passwort, sehen Sie auf dem Display Ihres Handys. Weiter. Gehen Sie nach der Vermietung die Adresse, die Sie auf dem Bildschirm Ihres Smartphones sehen, in die Adressleiter Ihres Safari-Browsers ein. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden Sie übertragend Dateien in Ihrem Browser angezeigt. Nehmen jede dieser Dateien, befindet sich eine Schaltfläche zum Herunterladen. Klicken Sie zum Herunterladen auf Download und die Dateien werden auf Ihrem Mac heruntergeladen. Auf diese Weise können Sie jede Datei von Ihrem Android-Smartphone auf Ihrem MacOS-Computer übertragen. Jetzt kennen Sie also mehrere Möglichkeiten, um Dateien von Ihrem Android-Gerät auf Ihrem MacOS-Computer zu übertragen. Mit den vollständigen Informationen über die verschiedenen Methoden können Sie nun die Bequeme und Effiziente für sich selbst wählen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Dann können Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Heldman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank für's Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.